Der nächste Spieler ist Dr. Motte. Dr. Motte hat uns von Anfang an unterstützt. Und wo Bewegung in dieser Stadt ist, da ist Dr. Motte nicht weit. Herzlich Willkommen Matthias. Hallo. Ich finde es großartig. Wir haben den Weltmassertag. Und ich hoffe, dass wir irgendwann was hinbekommen, weil ich bin eigentlich, muss ich sagen, verwirrt. Und leider verwirrt, weil ich weiß gar nichts, warum eigentlich die Politiker 1999, ohne dass das jemand mitbekam und ohne dass er mich gefragt hat, das Wasser privatisiert hat. Welchen Auftrag haben eigentlich unsere Politiker, unsere Parteien? Ich habe vorhin, im Internet habe ich das gehört, und zwar hat jemand gesagt, dass doch die Politiker eigentlich Pressesprecher der Konzerne sein müssten, wenn man sieht, wie die agieren. Und da könnte man eigentlich fast noch ausgehen. Und deshalb bin ich eigentlich empört und finde es gut, dass wir heute hier sind und zeigen, dass wir das Wasser, das wollen wir wieder zurück in die Bürgerhand. Oder? Das wollen wir. Also ich will nicht. Und dann meine Frage an Reolia ist, warum tut ihr das eigentlich? Wo wollt ihr eigentlich hin? Was ist eure Zielvorgabe? Warum habt ihr im Geheimen uns das Wasser genommen? Und diktiert dann auch noch der Stadt, also den Bürgern, eure Politik? Wenn man, nee, Entschuldigung, Politik kann man das ja gar nicht nennen, weil Politik sieht ja ganz anders aus, ja? Weil das, was sie machen, ist ja eigentlich nur Profitmacherei. Sie wollen nur Profit, Profit, Profit. Und wenn ich jetzt ein Buddhist wäre, würde ich fragen, ist das dann nur das Ego, das nicht genug bekommt? Jawohl, ihr wollt nur euer Ego befriedigen. Und irgendwann habt ihr dann den ganzen Planeten privatisiert und dann, was kommt denn dann? Wo soll das dann hinführen? Ohne mich, ja? Wenn man mich fragt, ja? Ohne mich. Ich finde das unerträglich und ich fühle mich eigentlich fremdbestimmt. Könnte man sagen, Neo-Folternismus. Von oben diktiert. Danke sehr, dass man mich gefragt hat. Und ich finde es gut, dass wir heute hier sind und protestieren. Wir wollen das Wasser zurück in den Bürgerhand zu 100 Prozent, oder? Vielen Dank. Und macht weiter so. Ich bin dabei. Vielen Dank. Danke, Herr Dr. Worte. Dass du dabei bist, ist erwiesen und mehrfach erprobt. Und nachher beim Spaziergang zu Veolia freuen wir uns, dass du mit uns gehst.